Was schenkst du, Beate, zum Geburtstag? Weiß ich auch noch nicht. Wollen wir etwas zusammenschenken? Das neue Buch von Donnerleon? Wie langweilig! Wie wär's mit einer CD oder einer schicken Sporttasche? Gute Idee! Die shitty Buchstaben, L 간 Picc podаю guter. Wie langweilig! Die schicken, L-B-T-A-L-G-G-M-D-Zip! Die schicken, L-B-T-A-L-G-G-M-D-E-S! Vielen Dank.